Fußballerisches Vorbild? Rooney. Bester Gegenspieler? Ronaldinho. Einen Tag würdest du tauschen mit am liebsten? Messe. Lieblingsserie oder Film? Ui, ich sitze lieber am See. Einen österreichischen Sportler, den du sehr beeindruckend findest? Thomas Muster. Eine Sportart außer Fußball, die du gern betreibst? Angeln, aber sonst nix eigentlich. Drei Wörter, die mich beschreiben? Bitte? Drei Wörter, die mich beschreiben? Freundlich, hilfsbereit und lebensfreundlich. Team Hund oder Katze? Hund. Land oder Stadt? Land. Ein Wort zu Rabid? Lebenssinn. Ein Wort zu Atmira? Herzblut. Dein Lieblingsessen? Zwiebelfleisch. Lieblingsstadt? Bitte? Lieblingsstadt. Das ist schwierig, ja. Frankfurt. Das braucht ihr österreichisches Fußball? Fans. Barcelona oder Real Madrid? Barcelona. Lieblingsklub? Barcelona. Barcelona. Und österreichisch außer Atmira? Rabid. Passt. Danke. bei dir.